Hallo, ich bin Liem von der Brixel und ich erkläre Ihnen die Probefahrt. Erstens würden wir zu Ihnen nach Hause kommen und mit Ihnen das Beratungsspräch führen. So sehen Sie auch, wie unsere Zusammenarbeit aussehen würde. Zweitens würde unser Fotograf auch bereits Fotos und Aufnahmen von Ihren Immobilen machen. Und drittens würden wir Ihnen nach 24 Stunden die erste Aufbereitung schicken, wo Sie auch sehen, wie unsere Zusammenarbeit schlussendlich aussehen würde. Dort können Sie immer noch entscheiden, ob das für uns in Frage kommen würde oder nicht. Das Beste an dem Ganzen ist, dass es kostenlos ist und Sie kein Risiko eingeht, genau wie bei einer Probefahrt. Ich freue mich auf eine baldige Zusammenarbeit.